Halli... Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Overwatch mit Laura Zonbay. Wir spielen jetzt bei der Tracer und mal schauen wie gut das ausgeht. Pew, 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 pew. Pew, wusch, wusch. Hier, die haben auch eine Tracer auf jeden Fall. Ah, hör mal. Oh, okay, okay. Hört sich nicht so gut an. Ja, ich hatte 20 HP. Ja, aber du bist ja Tracer, kein Problem. Oh, ich habe irgendwie einen Kill abgestaubt, glaube ich. Oh, oh Gott! Sommel, die wollen mich töten. Ich bin tot. Hä? Ich bin auch tot. Die Pharah hat mich getötet. Irgendwie haben die gerade kein so geiler Team für Tracer, muss ich sagen. Doch, der Road Dog ist ein schön dickes Ziel. Ja, wenn du dich einmal hoopt, dann ist es vorbei, Sommel. Habe ich die Erfahrung gemacht. Äh, man muss nur warten bis er hoopt und dann einmal genau Shift drücken. Ja, aber nur 5 Sekunden davor. Bevor der Netcode sagt, nee, doch nicht. Das kenne ich doch. Ja, haha, ich werde ausgetrickst, Sommel. Die trickst mich aus. Oh, okay. Haben die dich geprankt? Ja, die haben mich geprankt, weißt du was? Ich spiele was anderes. Ich habe Tracer jetzt die letzten Videos so häufig gespielt. Ich spiele D.Va. Die habe ich ewig nicht mehr gespielt. So, ich habe sogar jemanden in den Kommentaren gelesen, der nicht geschrieben hat, D.Va ist langweilig, sondern spiel doch mal wieder D.Va und Vido Maker, weil ich mit Vido Maker richtig gut bin. Ja. Du bist die beste Vido Maker, die ich kenne. Danke. Das ist ein Lob, über das ich mich freue. Okay. Okay, okay. Ich werde weggereckt. Läuft aber auch nicht. Ach, du spielst auch die, wa? Ja. Ja, ich spiel das, was du spielst. Okay. Ich dachte, es war doch halt cool. Unser Tank hat das Match verlassen. Dem gefällt es scheinbar nicht, dass wir Spaß haben. Ich glaube, dem gefällt das alles nicht. Aber wir haben gestern Ranked gespielt, Leute. Und es lief eigentlich gut. Erstaunlich. Man hatte zwar jede Runde immer noch die ganze Zeit Soulchiss und alles, aber... Ja, man kann ja nicht in allen Punkten wirklich sein im Ranked. Nein, nein, nein. Ich hasse mein Leben, Zombie. Das ist grad schrecklich. Ja. Weißt du was? Ich war kein Rotog, der um eine Ecke hüpft und sich wieder voll heilt. Ja. Naja, du musst nur auf seinen Kopf ziehen sollen, weil der ist so groß bei Rotog. So ein kleines Dingchen. Okay, okay, okay. Okay. Okay, dann haben wir. Unser Highlight ist gestorben. Das ist ein bisschen doof. Aber ich glaube, wir haben den Punkt, Samay. Hä? Wie das denn bitte? Ja, Hex. Ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich. Nein, ich aber nur, weil... Was hat die Hubs geschubst? Ach, die Phyra. Weil Phyra, Genji und... Notzio gerade irgendwie auf mich gegangen sind draußen. Ja, du hast sie abgelenkt. Eigentlich nicht, ich wurde nur von ihnen umgebracht. Sag ich ja. Sorry. Positiv denken. Okay. Oh ne, hey, wo kommt der Rotog? Der kommt ja von hinten. Okay. Jetzt sind wir wieder tot, jetzt wo sie wieder da sind. Aber immerhin hat's ein bisschen gehalten. Ein Prozent mehr und ich hätte meine Ulti gehabt. Oh. Ich habe auch meine Ulti gerade bekommen. Ja. Ja, ich glaube... Da kommt nicht mehr auf den Punkt, oder? Ne, ich bin glaube ich auch falsch geflogen dafür. Ah. Jetzt kann ich mich sprengen. Ich auch. Uh. Nerf das, verdammt noch mal. Naja, noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren. Bit late. Wift du's, Ulz. Ich habe die gerade erst bekommen. Sorry. Entschuldige dich halt auch noch. Ich hoffe. You. Don't. Hate me. Ich mache jetzt einfach Farrah, dann haben wir gewonnen. Ja, okay. Weißt du? Und ich spiele Diva. Obwohl ich kann auch Mercy spielen, wenn du... Na, wir haben schon einen Heiler. Ja, aber zwei Heiler sind doch... Ja, aber wir haben keinen Tank. Ja, aber Diva ist jetzt nicht der krasseste Tank. Der ist ja hier. Hier, ich bin cool. Ja, aber er steht in der Tank-Kategorie. Das reicht. Hörst du? Ja, im Rank wurde ich die ersten Male immer geflamed. Okay, wenn Rotog stirbt, haben wir gewonnen. Er heilt sich. Ja, ja. Ich habe ihn aber aus der... Uh! Okay. Aus der Deckung geschubst. Wow. Da Diva-Plays. Impressing. Das ist das Ding. Farrah, von denen hat hier gerade Spaß beim Nerven. Ja, bei denen Genji kommt auch gerade von hinten und nervt. Ach komm schon Genji, bitte nicht töten. Ich hasse das. Getötet zu werden. Ah, endlich ist er tot. Oh, Tracer ist da. Ich habe den Reaper von denen runtergeschossen. Punkt, wir haben den Punkt, wir haben den Punkt. Das ist sehr schön. Äh, Rotog kommt von hinten. Okay. Und eine Farrah kommt wahrscheinlich gleich durchs Fenster oder so. Ich habe den Rotog im Visier. Okay. Ist er fast tot? Oder heilt er sich jetzt wieder? Äh, er wird sich wahrscheinlich heilen. Aber er kriegt mein Ulti einfach in den Rücken. Weil ich keinen Bock auf den Rotog habe. Ich habe auch nur ein paar Raketen abbekommen. Danke. Der Luzio von denen ist einfach in den Tod gesprungen. Ohne dass ich was gemacht habe. Oh. Oh, das ist so schön, wenn Genshi einen nicht mehr komplett töten kann. Das mag ich ja lieber. Ja, ich auch an Farrah. Bin ich einfach immer in der Luft. Okay, ich habe die Granate abgefangen. AKG Grenade. Da ist der Rotog draußen. Bei uns auf der anderen Seite. Ein Prozent. Achso, da. Ich bin auch in der Mitte. Ich habe gerade erst 200 HP, da kann ich nicht kriegen. Der will mich hooken. Warte, ich flieg einfach hin. Oh, sein Hook ist draußen. Ja. Oh, er kurbelt. Ich habe ihn weggeschopst. Kurbel time. Schade, keinem bekommen. Das wäre zu cool. Doch. Oh, ne. Nun ist es. Das wäre zu cool gewesen. Warte, heißt der... Ich habe gerade gedacht, der Genji heißt Merth. Oh, warte, da steht ein Rotog draußen. Cool. Tschüss, Rotog. Oh, da wollte ich mich mithucken. Uh. Die nervigen abgeholt. Okay, die Runde läuft auch wieder. Ja, wie gesagt. Kaum schlippt der Rotog haben wir gewonnen. Ja. Erster hat man gestorben. Richtig protected. Hinten ist eine Farrah im Haus. Das haben wir. Ich gehe gerade auf den Luzio. Aber ich komme mit einem Wurst hinten nach Haus. Ich weiß nicht. Die war gerade eben da. Dann ist sie in die Luft geflogen. Ah, ich sehe es wieder im Haus. Okay, hab sie. Oh, ich wollte gerade mit Hochballern. Der Rotog ist bestimmt gleich vorne. Ja, ist bestimmt auf dem Punkt. Irgendwas... Oh, da wollte ich mich gerade durchs Haus swappen. Okay, sehr gut. Affe, Tracer sind auf mich gegangen während meiner Ulti. Oh, ne. Der Affe ist an mir. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher tot. Horror, Affe. Horror, Affe tot. Nein, nicht der Drache! Okay, das ist unser Drache. Ach, Mann. Ich habe mittlerweile ein Trauma von dieser Ulti. Von der Genji-Ulti. Ja. Man hört hier und denkt sich nur... Oh, wie ist die Deckung? Ja. Ja. Es geht ja echt um die Wurst. Solche Runden hat man selbe, wo man alle drei Maps spielt. Obwohl, mittlerweile häufiger muss ich sagen. In der Beta gab es das nur nie. Was gab es denn in der Beta? Dass man alle... Äh, gab es nie, dass man alle drei Maps spielt, gefühlt. Außer auf der einen, wo man immer die erste Runde gewonnen hat und die danach verloren. Und ohne, krrr, wenn dein Team gewinnt. Was ist das? Was heißt das? Great Round? Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich wohl der GG schreiben und hat sich über tippt. Ja, aber der andere ist ja aufs GR eingegangen. Können wir in den Internetslängen nicht mehr Maudado? Nee, ich glaube wir sind zu alt. Ich glaube wir sind zu alt. Hä? Als... Genau! Farrah. Hattest du den gemacht? Ich bin grad verwirrt. Das ist schlimm. Wird noch nie von einer Farrah in der Luft im Nahkampf getötet. Was? Die hat dich im... Das hab ich auch noch nie gesehen, muss ich zugeben. Die hat mich mit einer Rakete eingegangen. Die Rakete direkt getroffen und dann noch einmal geboxt. Wow, der Affe ist fast tot. Ach nein, komm schon, töte jemand den Affen. Wenn der überlebt, werde ich nicht mehr glücklich. Er überlebt. Oh Gott! Was ist da... Oh Gott, wenn acht Leute gleichzeitig auf ihn schießen, das ist so ein bisschen der Horror immer. Ja. Okay, der Affe ist down. Ich hab die Tracer, die ich hinter euch angreifen wollte. Die stand da die ganze Zeit. Hat so heimlich gewartet. So, jetzt kommt... Die Flankierung der Seite! Oh, der Seite! Oh, ich bin tot. Ja. Ich hör das Visier und weiß, dass ich tot bin. Ja, ich hätt mich früher ein Mech machen sollen. Ja, irgendwie... Das Visier ist nervig. Aber wir haben auf jeden Fall noch mal Chance. Das heißt, bei 44% ist es nicht. So, Quark versucht auch uns immer zu sammeln. Wir könnten ja mal alle zusammenrecht. Das ist eigentlich eine gute Idee. Okay. Okay. Arfe ist für eine Person raus. Ist halt auf dem Punkt. Irgendwie haben die aber auch gerade gute Champions für diesen Punkt. Arfe ist halt hier richtig krass. Ach, Arfe ist immer krass. Ja, bei Capture Point ist er noch krasser als sonst. Hab ich immer das Gefühl. Vielleicht hätt wieder Ulti. Okay. Das stirbt. Alter, Tracer macht doch nicht 70 Schaden in ner halben Millisekunde. Ich hasse Tracer. Was war das denn? Mh... Ich will da schön Deckung geben von oben. Nö, Crazy. Gut. Aber ja, trittet sie ja schon mal die ganze Zeit. Affe macht Amok. Okay, kriegst du ihn? Ja, ich verfolge ihn mal. Sehr schön. Äh, die haben jetzt nen Genji. Was ist? Von vorne kommt auch grad ne Solcher mit Visier. Boah, er soll weggehen. Wir haben auch nen taktisches Visier. Okay, taktisches Visier ist kaputt. Genji hüpft hier übern Punkt. Genji hat ein Medi-Paket gegessen. Okay, sehr schön. Aber er ist auch tot. Genji rennt in unseren hinteren Reinen so ein bisschen rum und versucht zu nerven. Man muss das zum Raussteigen machen. War ne schlechte Ulti. Oben auf dem Punkt ist irgendwas. Okay, 4 Sekunden kann ich hier fliegen. Der Führer ist hier. Ja, ich brauch noch 4 Sekunden. Ich brauch Heilung. Wo ist sie hin? Wird auch sicher aufgeheilt. Die kommt wieder hoch. So, die ist bei dir oben noch? Äh, sie wollte grad hoch, aber kommt irgendwie nicht. Oh, sehr schön. Ogo kommt auch nicht. Wir haben es geschafft. Na gut. Was? Nice. Was? Was? Und jetzt hat die Führer ihre Ulti gemacht. Die hat die ganze Zeit gewartet, dass ihr Team kommt. Ha, ha, ha. Ha, ha. Naja, irgendwie kam es Team aber nicht vor. Ach. Der Drache fühlt mir die Knie. Naja, typisch Genji. Ich glaube unser Genji. Guck, da war ich. Und dann fällt er runter. Okay, spielen wir noch eine zweite Runde. Bis gleich. Bis gleich. Okay, nächste Runde. Wir sind anscheinend im Match, das schon läuft. Oh. Cool, oder? Und wir greifen an. Das ist immer ein richtig gutes Zeichen, wenn jemand gelieft hat. Das heißt, es läuft richtig gut bei denen. Ja. Besonders wenn zwei gelieft haben. Ja. Naja, vielleicht waren es ja premade Leute. Die Feinde sind sechs Torbions, ne? Oh. Okay, dann hätte ich vielleicht doch die mal nehmen sollen. Oh, ne. Es kommt doch so oder so jetzt ein geschmolzener Kern. Ich sehe es doch kommen. Ich wollte eigentlich den Schaden von denen essen. Aber du hast eine Eiswand gemacht. Ja, ich wollte den Schaden von denen nicht essen. Doch willst du. Guck, geh vor. Ja, jetzt ist er doch wieder weg. Jetzt ist es schon weg. Hier stehen alle rechts. Das ist eigentlich ganz gut. Okay, da ist der geschmolzener Kern, der erste. Gib den Schild, gib den Schild. Ah, du bist nicht aus dem Eis rausgekommen. Ne, ne. Meine Band war auch noch nicht bereit. Also irgendwie hättest du nicht wirklich was gebracht rauszugehen. Jo. Weil dann hätte ich mehr Schaden bekommen. Ah, ich bin ja eh gestorben. Unser Syndetter tötest du gerade alle. Mein Gott. Immer diese Kerne. Da haben wir sechs Zwergen. Komm, gleich jetzt darfst du rein. Nein? Wolltest du nicht? Komm, geh ich. Ja, ich weiß nicht. Überlieb das halt nicht, wenn ich da vorgehe. Ja, ich will dir halt... Ja, aber ich überlieb es ja nicht lang. Jetzt schon. Alter, ich mach als Taya so viel gleichzeitig kaputt. Warum bin ich gestorben? Hinten ist noch ein Torbjörn hinter dir, genau. Okay. Ach, okay. Aber ihr habt den Punkt, oder? Nicht ganz. Zwei Torbjörn sind hier noch. Ach, das war doof. Ich hab drauf spekuliert, dass das am rechtblick nicht trifft. Aber der ist ja recht leicht zu treffen. Ist ja ne Schotti. Na guck mal, kaum sind wir da weiter und meh, läuft's. Ja, aber unser Team hat ja auch keinen richtigen Highlight bis jetzt. Also hat's immer noch nicht eigentlich, aber... Eigentlich nicht gut für eine Zaya. Ja. Ah, die haben immer noch den Punkt. Ja, aber die ist uns nicht gerade am aufbauen. Also in der Theorie geht's. Die haben erst ein Geschütz aufgebaut, glaub ich. Ah ne, da sind ein paar. Die Kühlung liegt in den Schützen drin. Oh, cool. Hör dir die Zwerge. In der Tür ist noch ein Geschütz. Ja. Alter, das ist ja der Horror. Das Problem ist halt, dass Torbjörn so viel Schaden machen, ne? Ja, halt auch mit normalen Wachen. Aber es kann auch unmöglich funktionieren. Ich hab Goldmedaillen schon, also... Ja, ich hab Silbermedaillen. Ich weiß nicht, was der Rest von Team macht. Das kann doch... Guck mal, die sind auch alle fast... Vier von denen sind über 100. Einer ist fast 200. Ja, bei unserem Team doch auch. Oh, stimmt. Ja, wir haben es geschafft. Ich schmeiße einfach eine Abkühlung rein, weil ich keine Ahnung hab, was da kommt. Ich hab keinen Bock mehr zum Nehmen. Okay, wir haben es. Och ne, das wird ja immer schlimmer. Wagen schieben wird richtig anstrengend bestimmt. Egal. Wenn die ganze Zeit von überall Geschütze kommen. Naja, aber eigentlich mit einem Reinhard geht es wirklich, wenn man da hinten dran stehen bleibt. Und mit meiner Wand. Ja, ich find's cool. Ich kann immer mein Schild anmachen, kurz mich hinstellen. Und dann hast du nur noch Prozent. Und wieder zurückgehen. Ja. Vor allem, wusstest du, dass sie sich gegenseitig reparieren können? Was? Die Sentries. Die gegenseitig reparieren. Die ihre Sentries gegenseitig reparieren können. Ne, können sie nicht. Können sie nicht? Hat jemand meine Kommentare geschrieben? Hat er gelogen? Ja. Oh, die heilende Ruhe ist ja auch richtig gut. Boah, Alter, diese Schüsse, wie viel Schaden die machen. Diese Zwerge des Todes. Ein Heiler wär so geil. Wir haben jetzt auch zu einem Soldier gewechselt. Noch zusätzlich. Ach ja. Ich weiß nicht, soll ich zum Heiler wechseln? Die Sache ist halt, Mai ist auch richtig gut gegen Geschütze. Weil ich sperre halt immer wieder zwei Geschütze aus oder so. Ne, du kannst ruhig. Ist das Silbermedaillen? Naja, ja zwei. Und eine Gold und Zielfortschritt aber. Okay, die hat wieder gespürt seinen Kern an. Ja, ja. Die ist komplett eingefroren. Ich würde sie alle einfriessen, die ganzen Geschütze. Oh, oh. Irgendwas schießt mich an. Ja, so ein Zwerg hinter uns. Ja, mit's Werk. Naja. Hä? Och, ne. Ich hab auf dem Wagen gespielt. Ich zieh mit meiner Wand. Oh, ich brauch super viel Heilung. Das kann ich nicht vorgehen. Ich kann ja noch ein Schild geben. Okay. Aber wir haben's fast. Die Namen ist fast. Oh, oh, oh. Fuck. Der Call of Duty-Mann kam da nach hinten gerannt. Gut. Jetzt haben sie einen Reaper-Affen-Rai. Jetzt haben sie einen Team. Ja, jetzt wird's nervig. Erst hier trollen aber es da nicht durchziehen, oder? Wie? Ja, dann ist der Sieg doch wichtiger als der Troll. Ja, aber das heißt, die haben alle gerade keine Ulti. Oh, oh, oh. Ja, hab ich auch nicht. Haha. Ich hab meine auch gerade benutzt. Ohohohoho. Ach man, das Visier. Oha, hat mich leider bekommen. Okay, die hat... Ach, der hat aber auch früher geswitcht. Ach, jetzt würd ich gern geschwolzener Kern hören, wenn die hier so einen blöden COD-Mann haben. Wir haben übrigens fast gewonnen, ne? Einen Zentimeter. Ja. Alter, wer... Ich hab so knapp was, aber hab ich's noch nie gesehen zur Main. Man sieht die Leiste ja überhaupt nicht mehr. Oh. Oh, ich hab unserem Senjata einen Schutz gegeben. Was ist denn noch hier am Wagen? Ja, der Reaper hat sich gerade draufgeportet. Nee, ich sehe eine Tracer die ganze Zeit, aber die ist... Die Tracer ist immer noch am Wagen. Na, jetzt endlich. Endlich. Oh, wir haben das gewonnen. Ja, klar. Ja, klar. Taya Main. Ja, gleich. Vor allem gegen den Geschützmann. Zack, zack, zack. Gut sind. Highlight des Spiels. MIG 3H. MIG 3H. Lebensretter. Ach, der steht ja immer unten drunter, für was man jetzt bekommt. Der wollte ich mein Schild ja geben, aber... das hat mein Kugelmann dann bekommen, den Schild. Aber es war besser, dass der Kugelmann den bekommen hat. Oh, sehr gut. Aber echt nicht schlecht. Komm, weiß ich nicht wem. Naja, cool, Mann. Mr. Kügli. Ja gut, dann würde ich sagen, kriege ich noch eine Lootbox. Schaut auf jeden Fall bei Summer vorbei. Da kommen auch jeden zweiten Tag ungefähr Overwatch, oder? Jo. Genau. Overwatch hier, Overwatch dort. Und ich habe keine Kiste, deswegen... Tschüss. Tschüss.